UNTERTITELUNG HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA Gleggleggleggleggleggleggleggelgglegglegglegglegglegglegglegglegglegggl Pizza, weg! Uuuuuuuuu... Ding, du! Aufsteh, deine Pizzawirkale! Ding Ding! Aufsteh, Mann! So, dass. Die haben mir Pizza geklaut... Seh's nicht! Was? Pizza geklaut? Ja, was ich wusste! Du hast einen Gutschein. Du kannst gratis essen und tschüss. Ich weiss nicht, wo es ist, Mann. Du weisst nicht, wo es ist. Schau mal dort oben. Dort hat es ein Restaurant. Hast du nicht gesehen, Mann? Ich habe kein Auto. Wir sollten hierher fahren. Was? Du hast kein Auto? Gibt es gar nicht. Ich gehe auf! Ich gehe auf, Mann. Ich mache nicht mehr. Ah, du gehst einen Wuffer-Mädel mit deinem... Ja, ganz weiss. Und eine Hose. Die ist nicht mehr ganz so weiss wie meine Mütter als immer. Ja, voll. Ganz weiss. Ich zeig dir das. Die ist ganz weiss im Pappen. Und ich gehst den ganz frisch. Ich gehe auf. Ja. Was ist das? Du hast sicher frei daran. Nur nöd. Ich hängste rum. Ich ganz frech. Nein, nicht mehr einfach. Ich gebe es an. Ich schaffe mich auf. Ich kann das nicht mehr. Ich mache mich auf. Vielen Dank.